In den Süden ist für andere schick und fein, doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. Zwei kleine Italiener vergessen die Heimat nie, die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Zwei kleine Italiener, die sehen es ein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. Zwei kleine Italiener, am Bahnhof, da kennt man sie, sie kommen jeden Abend zum Bezug nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die schauen hinter drein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. O Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. O Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. Zwei kleine Italiener. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Gård sommer uns weg. Komm, sonnen. Hva kan vel ske når jeg har alt hva jeg kan önske nev i deg. Jeg håbet mange gange det må komme en dag. Min dag. Men tvilen så det uro i mitt sing. Min världen var som maset og jeg fulgte med den så jeg. Men så kom du og da ble verden. Men så kom du i det. Das Eneste, ich weiß, wo ich geblieben bin. Oh, Sons, nach wie, oh, oh, Kärri, oh. Komsul Komreij und Inger Jakobsen representen die Norwege Nr. 10. Jetzt ist die 11e Saison, das ist »Le Retour«. Jean-Philippe, der Chancen ist, »Le Retour«, das ist die Suisse. Emil Gardaz und Georg Hummer sind die Auteure. Sie waren die ersten Verkaufs in 1956. Jean-Philippe hat die »Le Retour«. Cédric Dumont dirige der Orchestra. »Après le temps, des cœurs battants, des chemins buissonniers, des pas légers. »Après le long séjour, des lointains beaux jours, à chacun son tour, c'est le retour. On a vieilli, on a vieilli, au temps joli, de nos quatre cents coups, un peu beaucoup. Et voilà qu'au détour, d'un chemin trop court, à chacun son tour, c'est le retour. C'est le retour. On lui a dit, «Tu dois savoir que jeunesse se passe. » Il a compris, quand son miroir lui a fait la grimace, il a jeté la fleur de l'âge, en même temps que ses bagages. À trop chercher, on a gâché ce qu'on avait de mieux au fond des yeux. Et voilà qu'au détour, d'un chemin trop court, à chacun son tour, c'est le retour. Mais l'autre temps qui nous attend Nous faudra d'autre joie À vous, À moi C'est le temps sans détour Le temps de l'amour À chacun son tour C'est le retour Oui, le retour Des nouveaux jours Pour la Suisse, numéro 11, Jean-Philippe chantait Le Retour Et voici maintenant La Yougoslavie, numéro 12. Lola Novakovic va chanter une chanson qui évoque les petites lumières que forment deux cigarettes dans la nuit. On pense au poème de Prévert, Trois allumettes, une à une allumée dans la nuit. La chanson signifie « Ne fais pas de lumière à la nuit tombante » « Ne fais pas de lumière » « Deux petites lumières » « Deux petites lumières » Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020